ja und noch die hier der richter ermahnt die dame im zeugenstand sie wissen schon was sie für eine falschaussage bekommen ja herr richter zehntausend euro und ein cabrio haben sie den einbruch so begangen wie ich ihn jetzt geschildert habe herr angeklagte nein aber die idee ist nicht schlecht richter zum angeklagten wo waren sie eigentlich am 30. april ich war hier weil sie wissen wollten wo ich am 11 januar war sagt der richter zum angeklagten sie können wählen zwischen zehn tagen gefängnis und 1000 euro dann nehme ich natürlich das geld ja